Ja moin und willkommen auf dem Kanal hier zu meinem ersten Video. Das ist ein Let's Drink von dem Monster Rehab aus Amerika. Der stammt aus dem Jahr 2012. Zugeschickt bekommen habe ich den von German Canned Collection. Ich verlinke den auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Ja hier im Hintergrund seht ihr schon mal die Dose. Aber ich zeige dir jetzt mal ein bisschen und werden wir die Leichter nochmal aufmachen und probieren. Ich habe das jetzt alles gefilmt und kommentiere das jetzt nach, weil ich das draußen alles nicht aufnehmen konnte. Weil das da einfach zu laut war. Ja der schmeckt auf jeden Fall gut und riecht auch ganz gut. Schmeckt besser als der Deutsche finde ich persönlich. Ja aber jeder hat einen anderen Geschmack. Ja ich lasse das jetzt hier alles im Hintergrund laufen. Und ja dann war es das jetzt auch schon mal vom ersten Video. Bis zum nächsten Mal.